und hier ist gut gemacht und so viel zu dem jungen mann er ist 19 morgen wieder 20 sein erstes spiel für die alemannia und dann so ein ding sagenhaft erst gegen vogt dann gegen sich schon und bade ohne chance ein super tor von emmanuel kontiris kein fall aachener fordern elf meter aber dr wack lässt weiterlaufen schoss ivanovic und kontiris das gibt es nicht der ist 19 und abgezockt wie ein alter hase und jetzt brennt es hier wieder ausgangspunkt war josef ivanovic und dann kontiris der den angriff im mittelfeld selber einleitete und dann dieser abschluss habt ihr ein pfund sein erstes zweitliegerspiel gut gemacht von karl 1 flipsen da marschiert er gegen drei vier kölner klinik kontiris das glaubt doch keiner der berger unfassbar emmanuel kontiris ja ganz panierlich halbe stunde im spiel drei tore ein lupenreiner hatrick im ersten spiel für seinen neuen klub unfassbar und die vorarbeit von flipsen bade war offensichtlich die sicht verdeckt durch sincana der greift gar nicht mehr ein und noch ist hier nicht feierabend und kontiris ist ja noch auf dem platz nicht zu glauben